Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest Netz der Informationen. Die spielt sich ab auf Maltaxus in diesem Gebiet. Ich bin von diesem Flugpunkt aus gestartet und dann weiter auf dem Hauptweg. Später in Shadowlands wird man vermutlich auch fliegen können. Da ist es egal dann woher man kommt. Jetzt ist die Weltquest auch gestartet. Wie ihr seht hat man hier in der Mitte so ein extra Knopf oder wie auch immer. Es ist nichts zum klicken. Nennt sich Distanz zu einem versteckten Neckowächter. Also je näher man dran ist umso heller wird dieser Punkt. Ihr seht jetzt geht es hoch. Und man soll bei dieser Weltquest fünf Neckotische Wächter zerstören. Also ich versuche je näher man kommt umso heller wird es. Wenn man sich entfernt wird es wieder kleiner. Und natürlich sind auch Gegner in diesem Gebiet. Logisch. Und wenn man schon ziemlich in der Nähe ist von den Wächtern, könnt man sie schon weil es am Boden leuchtet. Je nachdem was man für Grafikeinstellungen hat schätze ich. Also falls das bei euch nicht so ist. Habt ihr vermutlich niedrige Grafikeinstellungen oder es wurde geändert. Weil ich nehme die Weltquest in der Beta auf. So hier angekommen. Benutzen. So wie ich unterbrochen. Nochmal. Benutzen. Eins von fünf. Ich weiß nicht ob die man Begleichungsstelle sind oder ob sich das auch ändert. Ob die mehrere Spiele gleichzeitig bzw. parallel nutzen können. So aha jetzt beginnt wieder der Punkt aufzuleuchten. Ok aber jetzt muss ich mal die Gegner töten. Es werden ziemlich viele. Okidoki. Okidoki. Ja. 23 wenn ich mich in die Richtung bewege geht es. Ah jetzt geht es gut hoch. So könnte es sein. Ich sehe noch nichts. Ja jetzt ist es schon ziemlich hell. Aber ich sehe immer noch nichts. Ah da ist er. Den habe ich jetzt nicht gesehen zum Beispiel. Vielleicht habt ihr ihn gesehen und ich habe ihn übersehen. Na gut weiter. Nächste. Ah wird hell wird hell. Ah da geht ein Strahl von dem Punkt in der Mitte weg. Habt ihr es gesehen? Oh oh. Elite. Elite. Nein. Der macht nichts. Puh. Das war eine Elite oder? Ja das war eine Elite. So gleich wird man sehen. Ich gehe mal näher. Ist es irgendwo dahinter? Ah das ist dahinter. Schaut mal da erkennt man es. Gut. Ja dann benutze ich diesen Mob um mich ein bisschen hoch zu heilen. Okay. Anfangspunkt ist schon wieder da. Hab ich irgendwas getötet? Nein. Gut. Punkt wird größer. Geht in die Richtung. Okay. Irgendwo dahinter. Da ist einer. Sehr schön. Vier von fünf. So. Jetzt schauen wir mal. Punkt verfolgen. Hier seht ihr was am Boden. Ah cool. Ja ich würde mal sagen. Das Video hat sich besonders gelohnt für die Leute, die bis jetzt zugeschaut haben. So und benutzen. Und damit ist die Weltquests abgeschlossen. Ich hoffe das Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Extra Knopf ein. Ich wünsche euch noch gutes Gelingen. It's okay. Ende. Okay. Okay.